Unsere Affenbergstörche befinden sich derzeit im warmen Süden. Vor jeder Prozessor reinigen wir die Horste, deshalb befinde ich mich gerade auf 17 Meter Höhe. Ich stehe gerade neben Misha, unserem Held der Hebebühne. Misha, warum reinigen wir denn die Horste? Wir reinigen die Horste, weil die Störche doch einiges an Unrat hoch bringen und auch der Horst sonst immer zu hoch wird und unheimlich viel Gewicht aufs Dach drückt. Wie schwer kann denn so ein Horst werden? Also wenn man nichts tut, kann der bis zu einer Tonne wiegen und das ist doch viel. Die Störche verbauen teilweise einiges an Plastikmüll in ihren Horsten und damit die Jungstörche dann bei langanhaltenden Regen nicht im Wasser stehen müssen und auskühlen, entfernen wir bei den Horstreinigungen den ganzen Müll. Musik 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 Ausland Musik 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 Vielen Dank.